So, willkommen zurück. Wir sind gerade erst aufgestanden und dieser Gegner macht mich so kirre im Kopf, ich muss ihn töten. Ich versuch's jetzt noch einmal. Wir sind heute so ein bisschen antriebslos, Wetter liegt wahrscheinlich daran, alle noch total müde und verschlafen und unser Gehirn ist noch nicht wach. Doch, ne, die beste Idee wäre, was besser was sein könnte. Und so haben wir dann drüber nachgedacht, falls ihr es nicht gehört habt, was die beste Idee wäre. Was wir jetzt tun können in dem Kampf. Mehrfach Blockaden sind ziemlich eklig. Flankenangriffe wären was Gutes. Aber wenigstens ist meine Lieblingsmusik der da. Die Tore zur Hölle. Willst du mir Kraft geben? Nö. Oh mein Gott. Probieren wir das mal. Wieder. Talisman reagiert. Oh mein Gott. Ich muss hier alle reinhauen. Konter! Danke! Ey, ich hab das sogar noch hingekriegt. In meinem Zugestand, oh mein Gott. Nein! Ich hab doch rechtzeitig gedrückt, ihr Säcke. Aber alle greifen Rush an und Rush reicht, äh, vielleicht immer aus. Wow. Wir sind alle fertig machen. Nein, geh weg! Ja, zwei, ich dann nicht mehr... Ja genau, macht noch ohnmächtig! Oh, dass das jetzt jetzt schlechter ist. Ja, Rush kann nicht ausweichen, wenn er ohnmächtig ist. Haa, ich will meine Moral zurück. Uh, jetzt geht's ab hier. Das muss ich irgendwie schaffen, dass Rush nicht verreckt. Äh... Machen sie trotzdem fertig. Ich glaub, da geht einfach Angriff, Angriff. Hast du schon. Zyklop. Das sieht so hardcore aus, ey. Rush sollte aber nicht unbedingt sterben hier. Armsperr 3. Windstoß 4. Angsthaft. Au. Nein, nein, nein! Boah, diesmal läuft der Kampf ja noch beschissener. Ja, mach du nur Windstoß. Das ist ja nicht so, als hätten wir kein Leben. Beziehungsweise wir hätten Leben. Verkackst jedes Mal, ne? Boah, das ist ja jetzt. Lass das nicht dem... Oh, keine Ahnung. Die haben nicht den Boss angegriffen. Das ist ja. Boah. Nein, hau ab. Rush, sieh zu, dass du Leben kriegst. Verkackst. Oh. Hier den machen. Ähm. Und ihr könnt euch erstmal들 halten. Blaue Flaggen. Nicht auf David. Aber ich glaub, es geht auf David, oder? Das ist schon mal schreiße, genau. Haut ruhig auf den drauf. Der kann das auch. Übel. Sackler, die sind verschwunden in der Wand. Uh, macht sich doch fersisch. Nein! Ach man. Naja, der hätte eh nichts mehr gerissen. Nein, hau ab. Ja, genau, geh auf den da. Pellenfeuer. Ja, das kennen wir ja schon zu genüge. Aber nichts ist geiler als ein komisches Monster, das mir Babys wirft. Ich weiß, sinnlos. Komm, macht sie fertig. Wow. Ja, so müsste es gehen. So, als hätten wir erstmal Dabit zurückholen. Pandemonium. Pandemium. Äh. Irgendwie gefällt mir das nicht. Handlungsunfähig verzaubert. Was ist das? Die werden mich wahrscheinlich angreifen, oder? Das sieht irgendwie so ein... Äh. Blaue Flamme. Yay. Ich weiß aber nicht, was daran Flamme sein soll. Komm, heilt sie. Bitte, bitte, bitte. Okay. Ich glaube, wir mussten sie erst umbringen, um sie wieder zu retten. Überfall. Ja, das war mir klar. Pellenfeuer. Das ist, glaube ich, jetzt gerade gar nicht gut. Mhm. Aber auf jeden. Das Viech soll mal... Ja, genau. Ja, Blockade. So muss das sein. Katastrophe. Was zum Teufel ist Katastrophe? Huchschwör. Wow. Das Ding reißt mir ja gar nichts. Nein, ich will keine Mehrfachblockade. Nein! Das sehe ich aber mal Drachenflug. Äh, viel hat das jetzt nicht gebracht, oder? Höllenfeuer. Ja, ihr und euer Höllenfeuer. Steckt es euch sonst wieder. Ich glaube, komm, dass du mit dieser Aussicht essen kannst. Ich habe eine Mehrfachblockade. So, passt, passt. Äh, wird schon. Nein! Boah! Langsam geht der mir echt auf den Sack, der Buster. Aber ich glaube, das ist nicht verwunderlich, oder? Das andererseits wieder gut ist. Nein! Wieso kann ich dich nicht von der Flank angreifen? Höllenfeuer. Ja, genau. Lass meinen Saddy in Ruhe. Und bring mir Jan David um. Nein, 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 nein. Knapp. Aber warum haben die die anderen jetzt nicht rausgeholt? Doch, jetzt. Okay, doch. Wie ich meine Leute umbringe. Und irgendwie ist das ziemlich gemein. Blaue Flammen. Das ist so ein Untoten-Status, die die dann haben. Nur, dass wir auch noch gegen mich sind. Das ist ziemlich böse. Ja, was anderes kann ich im Moment nicht machen. So einfach ist das. Nein, nein. Fliegende Babys. Blaue Flanken. Ja, mach das mal. Die haben volles Leben. Das sieht so grenzwertig aus. Oh, süß. Ach, Mensch, du hast zwei. So. Flankenangriffe. Ja, kotze ihn ruhig mit Babys voll. Der freut sich. Er ist ausgewichen. Jo, immer doch. Neeein. Auf keinen Fall. Ich wusste es. Solange jetzt die anderen nicht mitreißen, ist mir das Wurst. Boah, ey. Nie was von der Toilette gehört, Junge. Nein. Elektrisiert. Ich muss mir das jetzt nicht sehen, oder nicht? Ja, geht doch. Toll. Da freue ich mich. Hä? Hoffe ich auch. Wie ausreichend. Wahrscheinlich wird der nochmal zum Zug kommen, oder? Ja. Ob auch für den anderen. Auf alle? Kranker Scheiß. Da ich ja... Es wird einmal eine Heilrunde gemacht. Nein! Ja, genau. Ihn. Genau ihn. Genau ihn. Ja. Dann kann ich wenigstens aus der Blockade raus und mich heilen. Genau. Das da ist jetzt unfair. Warum ist der als erstes dran? Oh, ist der Kampf ätzend. Oh, ist der Kampf ätzend. Ja, genau. Halt mich da voll. Ähm. Das habe ich nicht ausgewählt heute. Das ist jetzt scheiße. Ja, genau. Pandemonium. Warum nicht? Lars David in Ruhe. Wieso habe ich zwei, die Handlung so unfair ist. Was? Beide! Angst. Wie viel hält eigentlich dieser Zyklop aus? Genug. Langsam geht mir dieses Scheiß viel auf den Sack. Nuh. Verzaubert. Nein, hört auf. Oh, wie süß. Oh, niedlich von euch. Okay, das tut weh. Könnt ihr die bitte zurückholen? Danke. Ja, guck mal, der hat doch ganz viele noch. Sie haben jeden Preis. Das ist was. Äh. Komm, macht sie fertig. Im Sinne von bringt sie und belebt sie wieder. Diesmal gedauert der Kampf aber ziemlich lange. Ich glaube, das ist für mich so einer von den einfachen Kämpfen. Äh. Ich bin froh, dass er sich auf den Zyklop konzentriert. Und wäre schön, wenn die Leute ihn mal heilen würden. Nein! Heilt sie doch! Heilen die meine Zyklop eigentlich auch? Sollen sie es machen? Z-Wort hat den Auftrag, die Leute mal zu heilen. Ja, genau. Genau so. Oh, ihr seid so toll. Der Lebensbruder ist halt in Verbänden sehr gut. Ja. Reicht. Für einen einfach. Ja, ich muss mich jetzt eh drauf konzentrieren, alle nochmal zu heilen, also. Aber unsere Zeit ist schon gleich vorbei, wir haben erst 19 Minuten mit Kämpfen verbracht. Deswegen muss ich hier mittendrin mal einen Schritt machen. Wir sehen uns dann gleich wieder.